Welcher E-Motor mit integrierter Batterie ist eigentlich am günstigsten? Wo kann man im Gegensatz zum E-Propulsion Spirit 1.0 Plus oder dem Torquedo Travel noch ein bisschen Geld sparen? Im heutigen Video schauen wir uns den dritten Platz der Außenborder mit integrierter Batterie an. Wir zeigen euch Stärken, Schwächen und natürlich Unterschiede zu anderen 1-KW-Motoren. Wir starten wie immer nach dem Intro. Los geht's! Moin liebe Bootsfahrer, herzlich willkommen bei E-Bootsmotoren TV. Ich bin Johann und begrüße euch zu einem neuen Video. An meiner Seite seht ihr schon den Haswing Ultima 3.0. Seit 2022 gibt es eine neue Version des Ultima 3.0 mit einer größeren Batterie. Die Leistung ist gleich geblieben, aufgrund des größeren Akkus wurde der Preis aber ein bisschen erhöht. Trotzdem ist er noch deutlich günstiger als die Außenborder von E-Propulsion oder Torquedo, dazu aber später mehr. Der Name Haswing ist zumindest auf unserem Kanal ein Begriff. Haswing ist eine chinesische Marke, was sich für euch vor allem im Preis widerspiegelt. Allerdings sind auch die meisten Features deutlich einfacher gehalten. Es gibt auch einen deutschen Importeur für die Haswing-Motoren, der auch dauerhaft Ersatzteile auf Lager hat und im Zweifelsfall Reparaturen vornehmen kann. Schauen wir uns den Motor jetzt mal genauer an. Wie immer starten wir mit den technischen Daten. Der Haswing Ultima 3.0 hat 1000 Watt Eingangsleistung. Die Schubkraft des Motors ist aufgrund des Drehmoments mit einem 3 PS Benzinmotor vergleichbar. Daher kommt auch der Name 3.0. Der Ultima wird mit 110 Lips Schubkraft angegeben, tatsächlich deutlich mehr als bei anderen Herstellern. Die Drehzahl ist mit 1530 Umdrehungen auch etwas höher als bei anderen Motoren. Im Lieferumfang des Ultima 3.0 ist ein 900 Watt Stunden Akku enthalten. Im Vergleich zu den üblichen Verdächtigen ist der Akku eher etwas kleiner, reicht aber für die normale Anwendung völlig aus. Zuvor gab es einen 600 Watt Stunden Akku. Das war letztes Jahr nochmal ein ordentliches Upgrade. Der Außenborder mit integrierter Batterie hat eine Spannung von 29,6 Volt und es können auch nur die Akkus von Haswing selbst verwendet werden. Außerdem ist der Akku nicht schwimmfähig. Das Gewicht ist vergleichbar mit dem von anderen Herstellern. Der Haswing Ultima 3.0 wiegt insgesamt 17,2 Kilogramm. Nur der Motor wiegt ca. 10 Kilogramm und ist sogar noch leichter als bei anderen Herstellern. Die Batterie wiegt mit 7,2 Kilogramm auch relativ wenig, weil der Akku natürlich auch etwas kleiner ist. Den Ultima mit integrierter Batterie gibt es als Kurzschaft mit einer Schaftlänge von 63 Zentimetern. Die Schaftlänge ist perfekt für Schlauch- und Ruderboote mit einem Standardspiegel von ca. 38 Zentimetern. Den Ultima gibt es selbstverständlich auch als 76 Zentimeter Langschaft fürs Segelboot. Und als dritte Option gibt es sogar noch einen extra Kurzschaft. Der eignet sich speziell für Boote oder Kajaks mit kleinerem Spiegel, wird aber auch eher selten benötigt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Herstellern setzt Haswing auf einen 3-Blatt-Propeller. Deswegen vielleicht auch der höhere Schub. Das werden wir auf jeden Fall noch testen. Der Propeller hat einen Durchmesser von 24 Zentimetern und ist aus robustem Kunststoff. Kunststoffpropeller haben aus meiner Sicht viele Vorteile. Ihr könnt den Propeller vor allem günstig ersetzen, wenn er doch mal kaputt geht. Mit einem Blick auf die Motorgondel fällt auf, dass diese relativ klein ist. Nicht ganz so klein wie beim E-Propulsion Spirit Plus, aber doch deutlich kleiner als beim Aquamod Trend oder dem Torquedo Travel. Das könnte sich durchaus positiv auf den Wasserwiderstand auswirken. Welche Fahrzeit lässt sich denn jetzt mit dem Ultima 3.0 erreichen? Wie immer kommt es ganz darauf an, was du für ein Boot hast und wie schnell du fahren möchtest. Unter voller Leistung hält die Batterie ca. 54 Minuten. Die Geschwindigkeit liegt bei handelsüblichen Schlauchbooten bei bis zu 8 kmh. Innerhalb der kurzen Zeit könnte man somit rund 7,2 Kilometer zurücklegen. Bei halber Leistung von 500 Watt kann man so ca. 1 Stunde und 50 Minuten fahren. Bei einer Geschwindigkeit von rund 6 kmh reicht das immerhin für bis zu 11 Kilometer. Mit Schlauchbooten ist man ja oft etwas gemütlicher unterwegs, irgendwo bei 250 Watt. Damit kann man dann für 3,5 Stunden bei 5 kmh fahren und so immerhin bis zu 18 Kilometer erzielen. Natürlich kann man auch noch langsamer fahren und mit 100 Watt 9 Stunden am Stück unterwegs sein. Dann macht man entspannte 3 kmh und kann beispielsweise den ganzen Tag lang angeln und hätte immerhin eine Reichweite von bis zu 27 Kilometern. Selbstverständlich könnt ihr später auch noch einen Wechselakku bestellen. Wir empfehlen allerdings erstmal mit einem Akku zu starten, der reicht für gewöhnlich aus. Ein passendes Ladegerät ist natürlich bereits im Lieferumfang enthalten. Das Ladegerät hat 4 Ampere und lädt den leeren 30 Ampere Akku innerhalb von 7,5 Stunden voll auf. Einfach abends an die Steckdose und am nächsten Morgen kann es direkt weitergehen. Es gibt nicht die Option via Solar oder einem 12-24 Volt Ladegerät zu laden. Wenn Solar oder andere Lademöglichkeiten für euch interessant sind, liegt der Vorteil relativ klar beim ePropulsion Spirit Plus. Wie immer ein paar Worte zum Design. Ich finde der Haswing Ultima 3.0 macht einen sehr neutralen Eindruck. Die Kombination aus Schwarz und dem Aluminiumsilber passt einfach zu vielen Booten. Was mir persönlich am besten gefällt, ist hinten die prismatische Form des Akkus. Dadurch sieht der ganze Motor nicht so klobig aus wie bei anderen Herstellern. Wie immer sind Farbe und Aussehen natürlich Geschmackssache. Sucht euch einfach den Motor, der am besten zu eurem Boot passt. Ich zeige euch jetzt mal den Aufbau. Effektiv habt ihr nur zwei Teile. Einerseits den Motor ohne Batterie mit den Anschlüssen für die Batterie, also keine Kabel. Und dann habt ihr den leichten und handlichen Akku. Ihr nehmt den Akku, setzt diesen über die Führungsschienen ein, bis der Motor einrastet und Klick macht. Um den Akku zu lösen, müsst ihr lediglich den Schalter bedienen. Das ist ehrlich gesagt von allen bisher getesteten Motoren die einfachste Vorrichtung. Weiter geht's mit der Steuerung. Vorne an der Pinne habt ihr wie immer den Sicherheitsmagnetschip. Die Pinne kann auch bei der Fahrt nach oben oder nach unten geklappt werden und ihr könnt einwandfrei manövrieren. An der gewünschten Position könnt ihr die Pinne dann natürlich feststellen. Zusätzlich kann die Pinne sogar noch ausgezogen werden. Das ist bei Außenbordern mit integrierter Batterie ebenfalls einmalig und sehr komfortabel. Die Pinne ist relativ leichtgängig und relativ dick. Es gibt objektiv betrachtet sicherlich hochwertigere Pinnensteuerung, aber ein Stück weit ist das ja auch Geschmackssache. An der Seite gibt es noch einen kleinen Schnellspanner zum Feststellen des Motors. Das sieht exakt genauso aus wie bei einem Fahrrad. Wenn ihr den Motor an einem Segelboot nutzen wollt, könnt ihr die Lenkung fixieren und dann über das Ruder vom Segelboot steuern. Weiter geht's mit der Anzeige. Dafür schalten wir den Motor ein, dann piept er einmal. Effektiv haben wir eine Batteriestanzanzeige mit fünf Stufen. 20%, 40%, 60%, 80% und 100%. Unser Akku ist voll geladen und alle Lampen leuchten. Ein richtiges Display gibt's nicht. Wir sehen also nie den aktuellen Verbrauch bzw. mit wie viel Watt ihr gerade fahrt. Das ist bei einem Torquedo Travel oder dem ePropulsion Spirit Plus natürlich deutlich besser gelöst. GPS und Co. gibt's auch nicht. Hier empfehlen wir wie immer kostenlose Karten-Apps fürs Handy, beispielsweise die von Navship. Eine Besonderheit vom Ultima 3.0 ist auch der Hafenmodus. Ihr könnt nämlich die Leistung begrenzen, indem ihr auf diesen Knopf hier drückt. Von 3.0, also 1000 Watt, geht's auf 1.0, also ca. 300 Watt. Den Hafenmodus könnt ihr natürlich zum An- und Ablegen nutzen. Gerade mit Kindern an Bord ist das aber auch eine tolle Sache. Dann springt das Boot nicht aus Versehen nach vorne, wenn man doch mal zu viel Gas gibt. Wirklich eine schöne Idee. Der Motor lässt sich natürlich auch trimmen und hochklappen. Insgesamt habt ihr sieben Stufen zur Auswahl, von ganz unten bis ganz oben. Der Mechanismus ist perfekt gemacht. Das Hochklappen an sich macht sich jedoch nicht ganz so angenehm, weil der Motor relativ weit vorn beginnt und durch den großen Hebel ist das Gewicht einfach noch schlechter nach oben zu bewegen. Man braucht also verhältnismäßig viel Kraft. Kommen wir wie immer zum Lautstärketest im Trockenlauf. Laut Datenblatt ist der Motor mit 55 Dezibel ungefähr so laut wie der E-Propulsion Spirit Plus. Im Test ist der Unterschied allerdings schon deutlich hörbar. Es ist als würde hier ein kleines Raumschiff abheben, vor allem im höheren Drehzahlbereich. Wir hatten zur Lautstärke allerdings nie negatives Feedback bekommen, dass es störend ist. Man hat sogar das positive Gefühl, dass etwas passiert, wenn man ordentlich an der Pinne dreht. Draußen im Wasser ist von dem Geräusch natürlich noch mal weniger zu hören. Da habt ihr viel mehr Wasser, Wind und Wellen. Das gleiche schauen wir uns natürlich noch mal im Rückwärtsgang an. Ja, hört sich effektiv genauso an. Jetzt mal Butter bei die Fische. Wie viel kostet eigentlich der Haswing Ultima 3.0? Im Lieferumfang vom Ultima ist bereits alles enthalten, damit ihr direkt losfahren könnt. Der Motor mit Pinne, Propeller, Akku, Ladegerät, Magnetschip und die Bedienungsanleitung. Den Motor gibt es für 1699 Euro und das ist im Vergleich zur Konkurrenz echt gut. 500 Euro günstiger als der Spirit und 650 Euro günstiger als der Travel und das jetzt sogar nach der Preissenkung. Ihr solltet den Ultima also auf jeden Fall mit auf dem Schirm haben. Haswing hat nicht wirklich Zubehör im Sortiment. Es gibt selbstverständlich noch den 900 Wattstunden Wechselakku für 949 Euro und ansonsten gibt es noch das Ladegerät und auch einen Ersatzpropeller. Wenn ihr nach dem Video denkt, dass der Haswing Ultima 3.0 zu euch und eurem Boot passt, dann schaut gerne in unserem Online-Shop vorbei. Hier könnt ihr euch nochmal alles zu dem Motor durchlesen und natürlich auch direkt bestellen. Den Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Für welches Boot eignet sich der 1kw Ultima? Grundsätzlich für jede Anwendung. Für ein Schlauchboot ist der Ultima aus unserer Sicht einfach eine tolle Sache. Gleitfahrt ist selbstverständlich noch nicht möglich, aber an einem Ruderboot macht der Ultima auch eine wirklich gute Figur. Hier würden wir ein maximales Gewicht von ca. 750 kg empfehlen. Auch an Segelbooten macht der Langschaft vom Ultima 3.0 eine gute Figur. Hier kann man den Antrieb bis ca. 1000 kg Bootsgewicht oder wenn es nur ein Flautenschieber ist, sogar bis 1500 kg Bootsgewicht verwenden. Lasst uns den Ultima 3.0 wie versprochen mal mit anderen Außenbordern mit integrierter Batterie vergleichen. Wir haben an erster Stelle natürlich den E-Propulsion Spirit Plus, unseren meistverkauften E-Motor in dem Leistungsbereich. Die Preis-Leistung ist ebenfalls super, der Motor ist technisch mit Display und schwimmfähiger Batterie natürlich noch einen Ticken besser. Am wichtigsten ist für die meisten jedoch die 40% größere Batterie mit 1280 Wh. Als zweites haben wir selbstverständlich den Travel 1103 vom Marktführer Torkido. Dieser ist wirklich fast gleich schwer und hat fast die gleiche Kapazität. Dank GPS seht ihr auf dem Display auch die Geschwindigkeit und natürlich Verbrauch, verbleibende Restreichweite und Fahrzeit. Außerdem unterstützt ihr beim Kauf natürlich ein deutsches Unternehmen. Zudem gibt es mit den Taschen und Solar, genau wie bei E-Propulsion, sehr umfangreiches Zubehör. Als letztes gibt es noch den Aquamod Trend 1.1. Mit der kleinen 640 Wh Batterie liegt der Motor bei 1899 Euro und mit dem großen 1280 Wh Akku bei 2299 Euro. Der Motor wird in Österreich hergestellt und ist natürlich deutlich teurer als ein Produkt aus China. Ganz neu in der Vergleichsansicht ist der Temo 1000. Hierbei handelt es sich um einen E-Motor aus Frankreich, bei dem die Batterie mit im Schaft integriert ist, sieht nochmal ganz anders aus und bietet beim Handling viele Vorteile. Der Preis ist trotz kleiner Batterie natürlich eine Ansage. Bald kommt übrigens auch noch der Mercury Avatar 7.5e auf den Markt, den haben wir euch ja schon in einem separaten Video vorgestellt. Wenn es draußen wärmer wird, nehmen wir euch auf jeden Fall mit zu einem ausführlichen Test am Boot. Um das nicht zu verpassen, abonniert am besten unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Das Gesamtpaket vom Haswing Ultima 3 ist vor allem deutlich günstiger als bei anderen Herstellern. Das ist meiner Meinung nach auch der größte Vorteil. E-Mobilität sollte so bezahlbar wie möglich sein und Haswing trägt seinen Teil dazu bei. Positiv ist natürlich auch die ausziehbare Pinne und der Akku mit dem Klickmechanismus ohne Kabel. Die Verarbeitung ist solide und die Leistung gut. Alles in allem ein tolles Gesamtpaket. Im Leistungsbereich von 1000 Watt und einer Batterie mit 1000 Wattstunden gibt es effektiv keinen günstigeren Anbieter. Lediglich mit einem kleinen Heckmotor und einer 12 Volt Batterie kann man noch ein bisschen Geld sparen. Mein größter Kritikpunkt ist tatsächlich das fehlende Display bzw. keine Daten zum Verbrauch zu haben. Ich kann beim Fahren nicht sehen, wie viel ich aktuell verbrauche und daher auch nicht die verbleibende Reichweite einschätzen. Ich würde den Motor daher hauptsächlich für Bootsbesitzer empfehlen, die ca. 2-3 Stunden fahren wollen und jetzt keine großen Rundfahrten machen möchten. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß, etwas über den Ultima 3.0 zu lernen. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen von euch bei der Entscheidung. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Habt einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Euer Johann.